Mein Name ist Duibu Althö, ich komme aus der Schweiz. Ich habe mich jetzt vor einem Monat entschieden, meine Augen zu operieren, weil ich nicht gerne Brillenträgerin bin und mit Linse kann ich so gut umgehen. Empfohlen hat das meine Cousine, die das vor 2-3 Jahren gemacht hat bei Dysstar. Da habe ich mich gemeldet und ich habe eine schnelle E-Mail-Verkehr-Antwort bekommen. Das hat mich schon überzeugt. Gestern wurde ich operiert. Der erste Tag ist etwas unangenehm, aber heute geht es mir wirklich super. Ich bin froh, dass Sie das gemacht haben. Ich werde es weiter empfehlen.